Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, auf der wir Ihnen unseren neuen Cheftrainer vorstellen wollen. Außerdem auf dem Podium begrüße ich hiervon den Aufsichtsratsvorsitzenden des Vereins Thomas Blümel, unseren Geschäftsführer Sport Ralf Minge und ein ganz herzliches Willkommen Stefan hier in Dresden bei Dynamo Dresden. Zuerst das Wort an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Blümel, der unseren neuen Cheftrainer mit persönlichen Worten begrüßen wird und darüber berichten wird, dass die Abstimmung zu Stefan Böger einstimmig im Aufsichtsrat ausgefallen ist. Vielen Dank, Henry. Es ist mir eine besondere Freude, Stefan Böger heute hier ganz persönlich herzlich willkommen zu heißen. In gewisser Weise schließt sich damit auch ein Kreis, ein Kreis, den der Aufsichtsrat mit seiner Entscheidung im frühen Beginn dieses Jahres sozusagen begonnen hat, nämlich mit der Berufung von Ralf Minge zum Geschäftsführer Sport. Eine Aussage, die wir bei der Vorstellung damals von Ralf getroffen haben, war, wir wollen das Kerngeschäft des Vereins, den Fußball, neu strukturieren. Wir wollen dort in diesem Kerngeschäft sozusagen erfolgreiche Grundlagen legen dafür, dass wir uns als Verein insgesamt weiterentwickeln können. Und ich glaube, da kommen wir heute an einen gewissen Abschlusspunkt für eine erste Etappe, dass wir nämlich das Personal in diesem Bereich jetzt vollständig haben. Und was mich besonders freut, ist auch, dass der Aufsichtsrat dort eben einstimmig dem Vorschlag von Ralf Minge, den er in einer sehr, sehr fundierten und wirklich überzeugenden Präsentation dem Aufsichtsrat gemacht hat, am Ende zugestimmt hat. Und das ist sicherlich etwas, wo auch eine Arbeitsgrundlage jetzt für den neuen Trainer da ist, wo er weiß, dass er den Rückhalt hier im Verein hat, quer durch alle Gremien. Und eine Botschaft möchte ich an dieser Stelle heute auch noch mitsenden. Das geht an Richtung Trainer, Geschäftsführer Sport, aber auch an die Spieler. Der Aufsichtsrat hat sich auch in der vergangenen Woche darauf verständigt, wie wir den Prozess, der jetzt stattfinden muss, um eine neue Mannschaft zusammenzustellen, so konstruktiv begleiten, dass wir also organisatorisch und entscheidungstechnisch alle Grundlagen legen, dass die zwei Männer, die hier diese Arbeit leisten müssen, genau das tun können, was sie wollen, nämlich gute Spieler zu verpflichten. Es wird also nicht daran liegen, dass wir hier nicht entscheidungsfähig sind. Wir sind absolut entscheidungsfähig. Und ich denke, dass auch in dem Arbeitsklima, was jetzt inzwischen in diesem Gremium entstanden ist, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit über die letzten Wochen und Monate, die Grundlage gut gelegt ist, dass wir die Saison neu und gut beginnen können, auch im Hinblick auf das, was jetzt in den nächsten Wochen vor uns steht. Vielen Dank da und nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Ralf, du hast nach dem Zweitliga-Abstieg die Trainersuche mit Bedacht vorangetrieben und hast das ausdrücklich betont. Kurzum gefragt, warum ist Stefan Böger der richtige Trainer für den Neustart der Esküdy Dynamo Dresden in der dritten Liga? Ja, wir hatten ja letzten Mittwoch bei einem Pressegespräch, da habe ich ja ein paar Ideen präsentiert, wie wir dort vorgehen wollen. Am Mittwochabend dann haben wir schon einen eingegrenzten Kandidatenkreis für den Posten des Cheftrainers präsentiert. Das waren noch zwölf, dort haben wir uns dann gemeinschaftlich darauf geeinigt, dass ich mit vier Trainern, besser gesagt fünf, das persönliche Gespräch suchen werde. Das ist dann auch geschehen. In Analyse dieser Gespräche haben wir uns am Montagfrüh mit dem Dixi Dörner als sportlichen Vertreter des Aufsichtsrates und dem Robert Schäfer zusammengesetzt und haben dann zu dritt die Entscheidung getroffen, dass wir, ich will es mal so sagen, das Projekt Stefan Böger favorisieren und vorantreiben und dann auch zeitnah abschließen konnten. Zu den Beweggründen, wie gesagt, da bin ich am Mittwoch schon mal kurz drauf eingegangen. Es ist eine sehr, oder es ist besser gesagt keine einfache Aufgabe, die wir vor uns haben, wo auch gewisse Sachen, Konturen vorgegeben sind. Auf der einen Seite aus der Situation heraus wirtschaftlich, auf der anderen Seite Vorstellungen, die wir jetzt im Verein ganz einfach umsetzen möchten. Das erfordert natürlich auch ein Agreement, dass man sich mit diesen Vorgaben arrangiert. Wir werden speziell in dem Segment jüngere Spieler doch eine ganze Anzahl wahrscheinlich verpflichten werden. Das heißt nicht, dass wir hier in der U19 aufs Feld führen, sondern wir gucken, dass wir dort ein ausgewogenes Verhältnis schaffen. Aber wenn wir sagen, wir wollen junge, entwicklungsfähige Spieler holen, bedeutet das natürlich auch, dass sie weiter gefördert werden müssen. Und ein Großteil dieser Spieler ist durch die Hände von Stefan Böger gegangen in den letzten Jahren. Er kennt sie, er hat den Vorlauf, er hat die Qualität, Spieler besser zu machen. Weiterer Aspekt sicherlich aus der Vertragssituation des Spielerkaders heraus, dass wir in kürzester Zeit eigentlich eine Mannschaft formen müssen. Das heißt nicht, dass wir die Quantität erreichen und sagen, jetzt ist das so umgesetzt. Wir haben jetzt diese 18 plus zwei Spieler, die wir uns vorgenommen haben. Maßgebend ist die Qualität und dort bleibt uns wenig Zeit. Das ist ein weiterer Punkt, wo ich uns gemeinsam in der Pflicht sehe. Mit gemeinsam meine ich jetzt auch nicht nur den Stefan, sondern auch dann den potenziellen Co-Trainer, das gesamte Funktionsteam, vor allem aber auch die Jungs, die hierbleiben, die Spieler, die hierbleiben, die ich charakterlich, also wenn das was Gutes hatte, dieser Abstieg, dann, dass wir hier ein paar Jungs noch an Bord behalten, die sich, glaube ich, sehr mit dem Verein identifizieren. Das meine ich mit gemeinschaftlich, die Qualität des Teams schnell zu formen, ja, das waren im Telegram-Stil mal so die wichtigsten Aussagen dazu, wie es gelaufen ist. Kalf, vielen Dank soweit. Jetzt kommen wir zu dem Protagonisten des heutigen Tages. Stefan Bürger, nochmal ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite, hier in der Fußballfamilie von Dynamo Dresden. Wie sehr freust du dich auf die Herausforderung, mit Dynamo Dresden in der dritten Liga zu arbeiten und wie sehen die kommenden Tage in Vorbereitung auf die kommende Saison aus? Als ich den Anruf bekam vom Ralf, ob ich mir vorstellen könne, den Neuaufbau mit zu begleiten, voranzutreiben, aktiv, ja, da habe ich mich vom ersten Moment an wohlgefühlt. Die Gesprächsführung über all die Tage war sehr professionell, das erlebt man heutzutage auch nicht bei allen Vereinen, das ist so und das hat mir erstmal grundsätzlich gefallen. Über Dynamo Dresden großartig zu reden, was die Bedeutung des Vereins für die Stadt und für die Region bedeutet, muss man nicht. Ich glaube, wenn man in Erfurt geboren ist, zwölf Jahre in Jena gespielt hat, also nah dran ist am Geschehen insgesamt hier in der Region, dann weiß man in etwa, was auf einen zukommt. Auch wenn meine letzten Jahre etwas anders aussahen, in der tagtäglichen Arbeit, habe ich ja auch schon vor einiger Zeit gespürt, dass es nach Veränderungen riecht, dass ich was anderes machen möchte, dass ich jeden Tag auf dem Platz stehen möchte, als nur sporadisch, um Länderspiele zu machen. Und das alles zusammengefasst, heißt der Verein, die Stadt, die Aufgabe als solche, nämlich einen Verein zu begleiten, nach einem Abstieg, nach einem Misserfolgserlebnis, eine neue Stadt zu machen in der dritten Liga. Das sehe ich als Herausforderung und die suche ich und die habe ich jetzt hier gefunden. Dafür bin ich an der Stelle schon mal sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier mitzuarbeiten und was mit aufzubauen. Vielen Dank soweit. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Ich übergebe an Sie mit der Bitte, dass Sie kurz Ihren Namen sagen. Sorry, ich hatte was vergessen. Die nächsten Tage, den Ausblick kurz, genau, das war nochmal wichtig. Wir werden natürlich, wissen Sie das sicher, dass ich noch beim Deutschen Fußballbund angestellt bin und auch das Bedürfnis habe, wirklich das Bedürfnis habe, die Sache ordentlich zu Ende zu bringen. Das gehört sich einfach so, das habe ich bisher immer so gemacht. Und es wird auch in dem Fall so sein, dass ich am 4. Juni noch mit meinen Jungs, die Jungs sind 16 Jahre alt, ein Länderspiel in Frankreich habe, wo wir uns ordentlich verabschieden wollen, als Mannschaft, aber auch Trainer und Mannschaft voneinander. Und das gehört sich einfach für mich. Und das werde ich zu Ende bringen. Danach werde ich vollumfänglich natürlich Dynamo zur Verfügung stehen. Aber die Tage bis dahin, die werden auch nicht auf der faulen Haut stattfinden, sondern wir werden gleich im Anschluss hieran und auch in den nächsten Tagen sehr intensiv sprechen müssen. Miteinander, der Ralf und ich, aber insbesondere der Trainer mit den Spielern, die wir zum einen behalten wollen und zum anderen eben auch neu verpflichten wollen. Das wird Hauptinhalt der nächsten Tage sein, viele, viele Gespräche zu führen, mit Spielern, aber auch mit Trainerkollegen und, 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 die ganze Planung voranzutreiben. So, jetzt aber. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Michael Lotzmann kommt zu Ihnen. Und nochmal die Bitte, kurz Ihren Namen zu sagen und das Medium, für das Sie arbeiten. Vielen Dank. Jochen Leimert, Dresden-Leistin-Harchen. Herzlich willkommen, Herr Böger. Alles Gute für den schwierigen Job hier. Mich würde erst mal interessieren, welche Vertragslaufzeit hat der Verein mit Ihnen vereinbart? Das kann der Verein natürlich auch beantworten. Und zum anderen, wen wollen Sie möglicherweise als Co-Trainer mitbringen? Haben Sie da schon konkrete Vorstellungen? Ich denke, dass die Vertragslaufzeit von zunächst mal zwei Jahren sehr, sehr gut gewählt ist. Und wenn man eine solche Aufgabe anpackt, Sie sagen, schwierige Aufgabe, komme ich gleich nochmal zu, sind zwei Jahre überschaubar richtig gut. Wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, um es auf den Weg zu bringen. Stellen Sie sich vor, die Mannschaft wird ein völlig neues Gesicht haben. Die Spieler muss man erst mal zum Laufen bringen. Die muss man erst mal aufeinander abstimmen. Das dauert einfach ein bisschen. Grundsätzlich haben wir die Zeit nicht, weil dann irgendwann die Punktspiele losgehen und wir Punkte einfahren wollen. Aber trotzdem braucht das einfach ein bisschen Vorlauf. Zur Frage Co-Trainer, klar, habe ich meine Vorstellungen, habe ich meine Ideen. Da laufen erste Gespräche auch. Ralf hat seine Vorstellungen auch. Wir werden uns intensiv darauf verständigen, was für den Verein, was für die Mannschaft am sinnvollsten ist. Nicht, was für Stefan Böger am besten ist, sondern was für den Verein am sinnvollsten ist. Und da werden wir sicher eine gute Lösung finden. Tim Schlegel, Bild-Zeitung Dresden. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Alles Gute Ihnen, Herr Böger, hier in Dresden und viel Erfolg. Wann gab es denn diesen ersten Kontakt zu Ralf Minge? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie eigentlich gleich nach dem ersten Telefon für sich entschieden, das mache ich. Ja, es ist doch so, wenn Kontakte aufgenommen werden, es gab ja durchaus auch Gespräche mit anderen Vereinen. Mir geht es so. Ich weiß nicht, wie es anderen Kollegen geht, aber ich entwickle ganz gerne ein Gefühl für die Situation, für die Aufgabe, für den Verein. Und das war bei den anderen Gesprächen nicht der Fall. Bei dem war es so, dass ich so einen Impuls hatte, zu denken, okay, ist etwas schiefgegangen, der Verein ist jetzt in der dritten Liga, muss neu aufbauen. Mensch, das wäre doch eine tolle Aufgabe und der Verein dazu. Also die Aufgabe nochmal als solche reizt mich sehr. Und natürlich in dem Umfeld mit dieser Fankultur hier, werden wir sicher gleich noch darauf zu sprechen kommen. Das ist einmalig. Ich habe das Spiel gegen Bielefeld hier gesehen. Wenn ihr euch erinnert, die Situation unmittelbar vor Anpfiff als ein Oberfan, oder wie kann man den? Kapo, das Mikro in die Hand nahm und zu seinen Fans gesprochen hat, um Support gebeten hat, hat mich total beeindruckt. Also eine gelb-schwarze Wand und hatte ich überhaupt keinen Gedanken an Dynamo. Da gab es gar keine Gespräche und gar nichts. Ich habe mir das Spiel als Trainer angeschaut, um die Mannschaften zu sehen, um Spieler zu sehen und hat mich tief beeindruckt. Und ja, das sind so Impulse, die bei mir den Ausschlag gegeben haben. Tino Mayer, Sächsische Zeitung. Herr Böger, der Ralf Minge sprach vom Projekt Stefan Böger, das Dynamo favorisiert hat und letztendlich ja auch den Zuschlag gegeben hat. Können Sie kurz beschreiben, wie Sie die Dynamo überzeugt haben und was sich hinter dem Projekt Stefan Böger verbirgt? Ich glaube, es sind die einfachen Dinge. Es wird im Fußball viel erzählt von Konzepttrainern, von Matchplanen und wie die Wörter heute alle heißen. Ich glaube, es sind eher die einfachen Dinge, um die es geht, egal mal grundsätzlich, um welche Liga es sich handelt. Es kommen auch oft Fragen zur Spielidee, zur Spielphilosophie. Ich glaube, das ist ein Punkt, den muss man mal ganz in Ruhe behandeln, wenn man weiß, welche Mannschaft man zur Verfügung hat. Wie will man eigentlich Fußball spielen? Ich kann ja heute allgemeine Dinge erzählen und ich weiß gar nicht im Einzelnen, wie die Mannschaft aussieht. Das heißt, gelingt es uns, schnelle Spieler zu verpflichten, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, als wenn man anders geartete Spieler bekommt. Aber grundsätzlich glaube ich und da war ich mir mit Ralf relativ zügig einig. Wir kennen uns ja auch nicht erst seit gestern, das muss man auch wissen. Wir haben zusammengearbeitet für den Deutschen Fußballbund und haben uns da schon ein bisschen beschnuppern können, was Spielgedanken, Spielidee angeht und so weiter. Ich glaube, die Grundtugenden wie Leidenschaft, Engagement, Aggressivität, hohe Willenseigenschaften, das wird die Mannschaft unbedingt brauchen. Das verkörpere ich auch und das fordere ich ein und das will ich sehen. Und ja, das waren alles so Dinge, die wir miteinander besprochen haben, worauf es grundsätzlich ankommt, wenn du eine Mannschaft neu aufbaust. Da geht es nicht um das Filigran, um das Detail, zunächst mal, im weiteren Verlauf schon dann in der Trainingsarbeit, aber erstmal geht es darum, die richtigen Typen zu finden, die mit anpacken, die das reparieren wollen, was passiert ist und so richten wir uns aus. Kurz noch ergänzen, ich habe sicherlich in der Begrifflichkeit habe ich mich ein bisschen verwählt mit dem Projekt Stefan Böger. Wir haben natürlich das Projekt Dynamo Dresden, wo, wie ich es letzten Mittwoch auch schon gesagt habe, der Cheftrainer in eine ganz wesentliche Rolle spielt. Trotz alledem bleibt es dabei, dass keiner größer ist als der Verein und die ist das Projekt Dynamo Dresden. Und diese Demut, die haben wir glaube ich beide. Also, sorry, ist hinter nebengelegen vom Begriff. Das ist, da darf ich gerne noch einen Satz anfügen. Ich hatte irgendwo jetzt einen Kommentar gelesen von wegen Teamplayer. Würde ich ganz dick unterstreichen wollen. Für die Mannschaft würde ich das einfordern, dass wir es schaffen, ein wirkliches Team auf die Beine zu stellen. Das war vielleicht zuletzt hier und da nicht der Fall. Dass wir es schaffen, da wirklich ein Gebilde herzustellen im kleinen, engen Kreis, dass die Spieler wissen, worum es geht, dass wir da ein Teamgedanken entwickeln. Und den wollen wir gemeinsam hier oben, aber auch mit dem Trainer und Funktionsteam entwickeln. Ich glaube, nur so geht es, dass man es auf mehrere Schultern verteilt, dass da einer vorweg marschieren muss. Das ist klar. Aber es geht nur über den Zusammenhalt und über Teamwork. Sven Geisler, Sexische Zeitung. Wie sieht es denn, was Spieler betrifft, aus? Gibt es da schon Planungen? Fangen Sie jetzt bei Null an? Oder ist das mit dem Ralf schon abgesprochen? Und zweite Frage, es hörte sich für mich jetzt so an, dass an dich, Ralf, dass Stefan Böger keiner von denen war, die sich beworben haben oder beworben worden sind, sondern dass er einer war, den du im Auge hattest? Zum zweiten Teil der Frage. Alle fünf Kandidaten, mit denen ich Gespräche geführt habe, ist die Initiative von mir ausgegangen. Und das waren auch nicht mehr. Also bei den fünf, die in Frage gekommen wären, war auch die Gesprächsbereitschaft da und das Gespräch wurde auch entsprechend geführt. zu den Sachen Spielern, Mannschaft, Transfers, wir haben wir, also deswegen, je kürzer die Pressekonferenz, je früher können wir anfangen damit, wir haben wir uns zusammenhocken und versuchen, die ersten Schwerpunkte zu setzen, ist vielleicht falsch, finale Schwerpunkte zu setzen. Dort hat der Christian Walter als Scout eine perfekte Vorarbeit geleistet, was jetzt dann auch als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Es ist nicht so, dass jetzt noch keine Gespräche geführt wurden. Ich habe in den letzten Tagen mit acht Spielern schon Vorgespräche geführt, um ganz einfach auch die Flamme ein bisschen am Kochen zu halten und wie gesagt, wie die finalen Schwerpunkte für die nächsten Tage aussehen, das werden wir im Anschluss an die Pressekonferenz im kleinen Kreis, das heißt nicht nur wir zwei, sondern inklusive Scout Thomas Köhler als Torwarttrainer, dann Martin Birner, weil es ja auch um die Saisonvorbereitung, um die Planung, Detailplanung geht, werden wir gemeinsam besprechen. Stefan Bürger, von den Spielern, die jetzt keinen Vertrag mehr haben durch den Abstieg oder auch vorher der Vertrag ausgelaufen ist, haben Sie da noch jemanden im Auge, der vielleicht bleiben könnte? Außer Toni Leistner, weil den hat Ralf vorher schon auf seine Kappe genommen, wenn er bleibt. Den hat der Ralf auf seine Kappe genommen, rennt bei mir natürlich offene Türen ein. Das muss ich mal ganz klar sagen, bei den Spielen, die ich beobachtet habe, das waren schon einige, ist mir gerade der Spieler ganz positiv aufgefallen, einfach durch seine Art, Fußball zu spielen, die ich sehr schätze und die wir in dieser Liga unbedingt gebrauchen werden. Und dementsprechend ist das eine gute Entscheidung, Ralf, die du da getroffen hast, für dich zu entscheiden, da Gespräche voranzutreiben. Grundsätzlich, glaube ich, wird es zu weit führen und würde auch nicht der richtige Rahmen sein, der richtige Zeitpunkt sein, jetzt über einzelne Spieler zu sprechen. Wie gesagt, wir werden die Zeit nutzen, uns intensiv auszutauschen. Wie ist überhaupt der Stand der Dinge? Wo gibt es Möglichkeiten, denjenigen zu bewegen, vielleicht doch noch weiterzuspielen für Dynamo? Macht das aus Sicht Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter Sinn? Passt da ins sportliche Konzept rein, wie ist die Altersstruktur und und und. Das sind alles Fragen, die wir in den nächsten Tagen beantworten müssen und werden. Und dann wird es dann auch Entscheidungen geben. Mir fällt da nicht so viel zu ein, aber vielleicht gibt es da eine Überraschung, inwiefern haben Sie schon Berührungspunkte mit den Spielern gehabt, die jetzt noch unter Vertrag stehen, die Sie auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt für den Kader einplanen müssen. Kennen Sie Spieler konkret? Ich kenne die Spieler auf dem Papier. Ich habe sie teilweise oder größtenteils die letzten Spiele jedenfalls in Aktion gesehen. Grundsätzlich ist es so, dass ich bis gestern Mittag im Lehrgang der U16-Nationalmannschaft war und hatte das ja angedeutet, dass ich das mit ganzer Hingabe tue, wenn ich das mache, tue mich damit schwer, zweigleisig zu fahren und da was zu machen und da was zu machen. Das bin ich nicht, sondern wenn ich es mache, mache ich es richtig und dementsprechend habe ich den Lehrgang mit meinen Jungs gestern Mittag ordentlich zu Ende gebracht. Gestern Abend die ersten Gespräche hier geführt mit den Verantwortlichen des Vereins und ab sofort geht es dann mit den Spielern los. Die Frage stelle ich jetzt, glaube ich, zum 13. Mal. Wie sehr schreckt Sie die Fluktuation auf dem Stuhl, auf dem Sie dann Platz nehmen werden? Ich weiß nicht, ob Sie mir das abnehmen, aber da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Alles, was zurückliegt, liegt zurück. Ich beschäftige mich mit Dingen, die ab heute hier stattfinden. Die kann ich beeinflussen. Ich kann mit der Mannschaft vernünftig arbeiten, dass wir tun, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann stellt sich die Frage nicht und grundsätzlich über solche Gedanken denke ich gar nicht nach. Über solche Entwicklungen, was gewesen, warum, weshalb. Letztendlich gibt es das in fast allen Vereinen. Das ist auch Fakt. Und wie gesagt, zu Dingen, die vor meiner Zeit waren, möchte ich gar keine Energie ausgeben. Ich brauche meine ganze Energie für das, was vor uns liegt. Das wird anstrengend genug. Ihr Nebenmann hat es gesagt, schwierige, schwierige Situationen, schwieriger Verein, ist mir auch zu negativ. Also finde ich, als derjenige, der neu dazukommt, vielleicht werde ich eines Tages andere Erfahrungen machen. Das mag sein. Aber im Moment ist es gar nicht schwierig. Wir sind herausgefordert, um nach vorne zu blicken und absolut optimistisch zu sein, dass wir hier einen guten Job machen und eine gute Mannschaft zusammenstellen. Vielen Dank. Thomas Schmidt-Bogenpost, Vergangenheit. Sie haben gegen die Normung gespielt ab und zu mal. Wie ist Ihre persönliche Bilanz? Haben Sie mehr gewonnen, mehr verloren? Haben Sie gegen Ralf Mien gespielt? Was hast du für Erinnerungen an Stefan? Hat er dich mal getönnet? Hast du ihn mal weggegrätscht? Oder gibt es irgendwelche Erinnerungen? Ist ja viel zu alt. Ja. Hat er noch die Sandform im Kasten rumgedreht, heißt er, und Kuchen gepackt. Ich kann mich an ein ganz einschneidendes Erlebnis erinnern. Ich habe nämlich hier mein erstes DDR-Oberligaspiel gemacht in Dresden. Ich war mit Karlsruhe als Jena angereist. Wir hatten eine Union-Oberliga gespielt. Wir hatten damals das Vorspiel jeweils und da habe ich, glaube ich, noch mal eine Halbzeit gespielt und bin dann bei den Profis noch eingewechselt worden. Und dann habe ich mein erstes DDR-Oberligaspiel an meinem 19. Geburtstag gemacht. In Dresden. Also, tolles. Ich glaube, wir haben 3-1 verloren. Wir haben 3-1 verloren. Also Sieg für Dynamo. Herr Böger, vielleicht können Sie ganz kurz noch mal ein, zwei Worte zu Ihrer familiären Situation sagen. Verheiratet Kinder, wie werden Sie jetzt wohnungstechnisch vorgehen? Bringen Sie Ihre Familie mit oder erst mal ins Hotel? Wie geht das vor sich? Grundsätzlich ist der Rahmen, glaube ich, nicht der richtige, um zum jetzigen Zeitpunkt schon über private Dinge zu sprechen. Wir sollten uns über die sportlichen Dinge austauschen. Das würde ich gut finden. Ich habe da keine Geheimnisse. Ich werde hierher ziehen. Ich werde mir so schnell es möglich ist, so es die Vorbereitung zulässt, eine Wohnung suchen, weil ich das gut finde, hier zu leben, mitzuleben, in der Stadt mitzuleben, mit aufzusaugen, wie es hier abgeht und dann nicht irgendwo im Hotel zu sitzen. Also das würde ich auf eine begrenzte Zeit sehen. Für den Einstieg ist sehr klar, dass man erst mal gucken muss, wo sich orientieren muss, aber dann so schnell es irgendwie möglich ist, in ein privates Umfeld ziehen. Noch eine Nachfrage auch zum Sportlichen. Hier fliegen die Träume immer gleich wieder sehr hoch. Die Fans zumindest gehen davon aus, wir kommen wieder. Wie kann man das jetzt richtig einordnen, auch nach außen hin? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch? Realistisch, glaube ich, ist mit beiden Beinen auf dem Boden zu sein. So versuche ich das zumindest vorzuleben, so bin ich vom Naturell. Wirklich die Fans, die super fußballbegeisterten Fans mitzunehmen, zu sensibilisieren für unsere Situation, die einfach nicht leicht ist, weil die Mannschaft nicht steht, weil wir erst mal sehen müssen, dass wir das gut zusammenbauen. Und dann aber, wenn wir anfangen zu spielen, so zu spielen, dass wir die Fans mitnehmen, dass wir sie begeistern können, gerade in den Heimspielen, eben nicht so viele Unentschieden möglichst, sondern möglichst auf Sieg zu spielen und die Dinge einzufahren, dann kriegen wir es auf unsere Seite und kriegen wir es auch begeistert und auch für die Idee und für das, was wir machen wollen, begeistert. Darum geht es erst mal. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue nochmal in die Runde. Jochen Leimert nochmal. Sie haben ja jetzt lange beim DFB Talente ausgebildet, auch schon ein paar Jahre die vergangenen Spieler, die jetzt im richtigen Alter sind, um eventuell hier diese Aufgabe anzugehen. Wie attraktiv ist denn der Verein? Und können Sie sich vorstellen, aus diesem Kreis auch sehr gut ausgebildete Leute, ist Dresden da auch reizvoll für diese Gattungsspieler? Nicht nur Dresden ist reizvoll als Verein, als Region, sondern auch die Spielklasse ist reizvoll, wenn Sie sich vorstellen, dass etliche U23 Mannschaften abgemeldet werden in Deutschland, dass U19-Spieler in den Leistungszentren den Sprung in die erste Mannschaft eben noch nicht schaffen. Die suchen dann ihre Zukunft eben über Umwege durchaus auch bei Drittligisten und da ist Dresden absolut top Adresse und ich glaube schon, dass wir auch in Zukunft davon profitieren können, dass man oder dass ich persönliche Kontakte habe, in dem Fall zu diesen Spielern sie ein Stück weit begleitet habe und das kann schon am Ende auch mal den Ausschlag geben und ich kann mir gut vorstellen, dass das in Ralfs Kopf auch eine Rolle gespielt hat. Dass man natürlich ein gewisses Know-how mitbringt, dass man die Spieler kennt, Kontakte in die Vereine hat und, und, und und vielleicht den einen oder anderen Spieler begeistern kann, überzeugen kann, hierher zu kommen. Das werden wir nutzen. Herr Bökel, Sie haben jetzt sechs Jahre lang, wenn ich richtig informiert bin, beim DFB gearbeitet. Wie lange denken Sie, werden Sie brauchen, um wieder in diesen ganz anderen Arbeitsablauf reinzukommen? Die tägliche Arbeit, die Sie gesagt haben, ist die trotzdem immer präsent bei Ihnen? Weil Sie haben es ja gesagt, der Arbeitsablauf ist ein ganz anderer als beim DFB. Wenn ich mich selbst reflektiere, nehme ich wahr, dass ich ein Typ bin, der sich relativ schnell auf neue Situationen einstellen kann. Das ist mir, ja, nach meiner Erfahrung bisher sehr gut gelungen und es wird auch hier der Fall sein. Ich denke, dass allein schon der Gedanke, also meine Idee, mich verändern zu wollen, auch unabhängig der Entscheidung des DFB, dass die damit reinspielt. Also sich auseinanderzusetzen, nicht nur zu sagen, jetzt von heute auf morgen, okay, jetzt sind die sechs Jahre vorbei, jetzt gehe ich in die Vereinsarbeit, aber okay, was erwartet mich jetzt eigentlich? Sondern ich habe mich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt, was da auf mich zukommt, unabhängig des Vereins natürlich, ist klar, aber was den Alltag angeht. Und das sollte mir zügig gelingen und das brauchen wir auch, dass das so ist. Völlig neue Situation, ich gebe Ihnen recht, es ist wieder eine völlig neue Situation. Vor dieser Zeit war es eben Lübeck und Kiel in der dritten Liga und jetzt waren es sechs Jahre DFB, etwas anderer Arbeitsablauf, aber das wird relativ zügig gehen, wenn das Training mal läuft, dann geht das. Darauf freue ich mich. Also das ist so ein Vorstartfieber. Ich sehne dann den Trainingsstart herbei, dass wir auf dem Platz was machen können und da freue ich mich drauf. In der Vergangenheit waren die Trainer nicht immer zufrieden mit den Trainingsbedingungen hier in Dresden. Es ist auch nicht grundlegende Besserung absehbar, zumindest aus meiner Perspektive. Wie können Sie mit diesen Bedingungen umgehen? Wie schätzen Sie das ein? Die Kunst ist aus vielleicht nicht ganz optimalen Bedingungen, so will ich es mal formulieren, was zu machen. Die Dinge sind natürlich besprochen und auch die weitere Vorgehensweise klar geregelt, sodass ich auch wahrgenommen habe, dass der Verein die Stadt wirklich große Anstrengungen unternehmen wird, auch in Zukunft, das zu verbessern. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das gelingt stückweise, schrittweise. Und ich setze mich damit auseinander, das ist gar keine Frage. Wir gucken schon auch jeden Tag, wo wir es verbessern können. Das wird man dann sehen. Und ich denke, die Unterstützung ist absolut vorhanden für den sportlichen Bereich im Verein, aber auch ringsherum. Und da baue ich drauf. Und letztendlich gibt es durchaus schlechtere Gegebenheiten. Also ich habe schon andere Sachen gesehen, wo man sich vielleicht eher mal die Beine bricht, als das, was wir hier vorfinden. Und nochmal, es geht darum, aus allen Möglichkeiten das Beste zu machen. Und das wird auch gelingen. Das war auch Bestandteil dieser Trainergespräche, die ich geführt habe. Da habe ich auch nicht geflunkert oder irgendwas schön geredet, sondern ganz einfach auch offen und ehrlich diesen Fakt angesprochen. Wir haben auch Vorzüge, überhaupt keine Frage. Wenn man sieht, der moderne Kraftraum, die Kabinensituation mit dem Sauna-Bereich. Wir haben die Möglichkeit, Gott sei Dank, einmal in der Woche im Stadion zu trainieren, auf einem neu gelegten Rasen. Wir haben in Vorbereitung der neuen Saison eigentlich auch das Projekt Großer Garten forciert. Und im Falle des Zweitliga-Verbleibs hätten wir auch realistische Chancen gehabt, dort eine umfassende Sanierung vorzunehmen. Die wird aber jetzt so nicht stattfinden. Und dann finde ich schon mal die Einstellung von Stefan Klasse, dass wir dort als allerletztes Mal Alibis suchen sollten. Trainingstart war angesprochen. Bleibt alles wie vorher geplant oder gibt es da Veränderungen? Das waren die vorherigen Planungen. Auch darüber werden wir uns nochmal austauschen, ob das vom Rhythmus her passt. Ich habe da schon klare Vorstellungen, aber das würde jetzt zu weit führen, da an der Stelle was zu sagen, weil es von verschiedenen Dingen nochmal abhängt. Also möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen, was es letztendlich die Entscheidungskriterien sind, aber gehen Sie mal von Mitte Juni aus, so in etwa. Also plus minus ein, zwei Tagen. Also das wird sich jetzt nicht gravierend was ändern, aber es kann schon sein, dass es sich nochmal um ein, zwei Tage verschiebt. Noch eine Nachfrage. Der Vertrag beim DFB wird dann vorzeitig aufgelöst oder ist das schon besprochen nach dem Länderspiel in Frankreich? Also es ist so, dass mit dem DFB vereinbart ist, dass ich die Möglichkeit bekomme, wann auch immer hier das Training aufzunehmen. Und das ist ein tolles Entgegenkommen vom DFB. Das muss man an der Stelle deutlich machen. Wenn vor Ablauf des eigentlichen Vertrages mir die Möglichkeit eingeräumt wird, hier das Training aufzunehmen, da finde ich das sehr entgegenkommend. Und dafür kann ich mich an der Stelle auch beim Deutschen Fußballbund nur ganz herzlich bedanken. Ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es noch eine Frage? Tim? Nein? Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und Stefan Böger steht Ihnen natürlich für abgesetzte Urtöne jetzt noch zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.